Hallo, liebe Kinder. Seid ihr bereit für ein neues Abenteuer? Heute begleiten wir das Polizeiauto, den Rettungshubschrauber und die Polizei bei einer spannenden Verfolgungsjagd. Die Sonne ist gerade über der Tututstadt aufgegangen. Schauen wir mal nach, ob schon jemand wach ist. Ah, guten Morgen, Hippie-Bus. Na, hast du gut geschlafen? Oh, da ist ja noch jemand so früh auf den Rädern. Wie wäre es denn jetzt mit einer frischen Tankfüllung? Das macht euch bestimmt munter. Oh ja, dann mal los, ihr zwei. Lasst uns mal bei der Polizeistation vorbeischauen. Da ist alles ruhig. Oh, seht mal, Kinder, das Polizeiauto schläft noch. Sollen wir es wecken? Guten Morgen, Polizeiauto. Wach auf, der Tag hat schon begonnen. Jetzt aber schnell die Rampe hinunter und mal schauen, ob alles seine Ordnung hat. Jippie! Sieht alles ruhig aus an diesem schönen Morgen. Oh, was ist denn da los, Polizeiauto? Das kleine rote Gangsterauto ist ja viel zu schnell unterwegs. Los, hinterher! Oh je, jetzt hat es auch noch einen Unfall gebaut. Lass ihn bloß nicht entkommen. Mist, schon ist es um die Kurve. So schnell wie es war, ist es schon längst über alle Berge. Frag doch mal deine Tututfreunde. Die helfen dir bestimmt. Hallo, Rettungshubschrauber. Kannst du dem Polizeiauto helfen, das Gangsterauto zu finden? Guten Morgen, Polizei. Kannst du uns auch helfen? Und den Krankenwagen hast du auch gleich alarmiert. Sofort machen die drei sich auf die Suche, um das Gangsterauto zu schnappen. Na Kinder, wollen wir den Tututs bei der Suche helfen? Wisst ihr noch, welche Farbe es hatte? Ganz genau, rot. Also haltet die Augen offen. Zusammen entdecken wir den kleinen Flitzer bestimmt. Habt ihr schon was entdecken können? Nirgendwo eine Spur von dem kleinen Übeltäter. Aber ihr dürft nicht aufgeben, Tututs. Schauen wir mal, ob das Polizeiauto mehr Glück hat. Hmm, ob sich das kleine Gangsterauto in den Mülltonnen versteckt hat? Nein. Seht mal da, Kinder. In der Zwischenzeit ist der Krankenwagen am Unfallort angekommen. Hallo, lieber Krankenwagen. Kannst du deinen Tututfreunden helfen? Na dann mal los. Am besten bringst du den Hippie-Bus gleich in Sicherheit. Genau, schön langsam. Das hat ja schon mal prima geklappt. Hast du auch noch ein Pflaster für den Lackschaden vom Pick-up dabei? Spitze. Vielen Dank, lieber Krankenwagen. Oh, sieh mal da, das Polizeiauto kehrt zurück. Na, hast du das Gangsterauto finden können? Schade. Und du, liebe Polizei, auch nicht? Hmm. Aber was ist das? Seht ihr, was ich sehe? Der Rettungshubschrauber hat das Gangsterauto in der Polizeistation entdeckt. Pass auf, dass es nicht wieder abhaut. Schnell, ihr zwei. Eilt eurem Freund zu Hilfe. Gleich habt ihr es geschnappt. Oh Mist, was für ein Schlingel. Schnell hinterher und die Rampe runter. Er ist schnell wie der Blitz. Gute Idee, Rettungshubschrauber. Jetzt die Straßensperren ausklappen und schon sitzt das Gangsterauto in der Falle. Die schlaue Polizei ändert die Verkehrsführung. Gleich habt ihr ihn. Geschafft. So landet der kleine Gesetzesbrecher auf direktem Wege im Gefängnis. Super, die Straßen der Tututstadt sind wieder sicher. Tutut Babyflitzer. Ihr seid einfach spitze.